Musik Gleich steigen wir hier ein in ein Gruppenspiel der WM. So, gleich geht es jetzt los für die Engländer mit ihrem ersten Gruppenspiel bei dieser WM-Endrunde in Brasilien. Sie haben trainiert, sie haben sich qualifiziert und sie haben sich hier vor Ort vorbereitet. Und in Kürze werden wir sehen, ob ihr Plan A aufgeht. Und dann wird nicht mehr geredet über Fitness, Form, Taktik, System, alles plumper Quatsch. Dann gilt es, auf den Platz. Glenn Johnson. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Andros Townsend. Wer der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Eckball für die Engländer. Oder Connor, dann versteht ich es auch. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Maximiliano Pereira. Arribalo Rios. Rodríguez. Kamami. Na, da entwickelt sich möglicherweise was. Jawohl, da hat er klären können. Leighton Baines. Daniel Wellbeck. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Die Eingabe war gar nichts. Der Verteidiger ist auf dem Posten. Maximiliano Pereira. Maximiliano Pereira. Suárez. Kamami. Das wird ganz gefährlich. Echtung. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Jetzt zieht er ab. Der geht neben das Tor. Und Achtung, genau hingeschaut. Da liegt der Freiraum, der Ball. Holt ihn euch. Kamami. Wayne Rooney. Gerrard. Storridge. Oh. Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Das gibt Eckwald für England. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Leighton Baines. Glenn Johnson. Und Achtung, der könnte passen. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötiger Ballverlust. Gerrard. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Glenn Johnson. Steven Gerrard am Ball. Frank Lampard am Ball. Gerrard. Ja, da kommt was auf uns zu. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Wayne Rooney. Lugano. Lodero. Kamami. Caceres. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Die Tore sind noch im Sack. Und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. Null zu null. Das ist der Pausenstart. Wir wollen Aktion sehen. Wir wollen Tore sehen. Nichts davon. Nee, also ich bin... Das gibt's auch. Ich bin fast sprachlos. Das ist ja gar nichts. Let's go. Die Zuschauer sind erwartungsfroh. Die zweite Halbzeit läuft. Cale. Gerrard. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her. Und macht genau das, was die Spieler wollen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Glenn Johnson. Caceres. Gooding. Arevalo Rios. Rodriguez. Und jetzt. Das ist der Tor. Da ist er ganz cool geblieben. Und hast du das gesehen, Bobby? Wie er den Keeper dadurch verladen hat, irrt. Ich glaube, wenn man da nochmal hinschaut, den hätte kein Torhüter der Welt gehalten. Absolut unerreichbar für den Keeper in die Ecke. Jetzt endlich mal was zählbares in dieser Partie. Das hat bis zur zweiten Halbzeit gedauert. Und jetzt ist... Soares. Frank Lampart am Ball. Wayne Rooney. Danny Welbeck. Die Chance. Souverän abgewehrt. Maximiliano Pereira. Suarez. Mein lieber Mann. Jetzt läuft der Ball aber wie am Schnürchen. Caceres. Cavani. Er hat den Ball sofort verarbeitet, aber er kann den Ball nicht festhalten. Frank Lampart am Ball. Arevalo Rios. Suarez. Da hat kein Mitspieler eine Chance an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Die Karten werden nochmal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslung. Steven Gerrard am Ball. Glenn Johnson. Sie liegen in Führung, aber es gibt nochmal frischen Schwung in Form einer Auswechslung. Natürlich soll jetzt in erster Linie die Führung verteidigt werden. Diego Perez. Ramirez. Suarez. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Ja, der Pass kommt an. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Jetzt könnte es gefährlich werden. Toller Pass. Bitte rein. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Sensationell. Sie schaffen doch noch den Ausgleich. Das ist der lohnende Arme. Ausgleich. Sensationell. Fußball. Malone kann zum Erfolg führen, so wie hier. Ah, da sieht der Keeper nicht gut aus. Hier nochmal schön zu sehen. Kann die Kugel nicht festhalten und der Abpraller dann kein Problem für den Stülp. Lugano. Lugano. Diego Perez. Suarez. Maximiliano Pereira. Kamani. Storich. Der Sieger muss erst noch ermittelt werden. In 90 Minuten Fußballspiel war das nicht der Fall. Der Schiedsrichter hat abgefiffen. Unentschieden steht's. Wir sehen uns. 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 Die visual pick認